ja servus leute ich hatte ja vor einigen tagen mein video hochgeladen zum abschluss der hinder saison 2018 und da zeigen wollen wie schön die röne ist jetzt habe ich heute aber noch mal so eine tolle tour fahren können das möchte ich euch nicht vorenthalten und deshalb gibt es noch heute einen teil 2 der beweist wie schön es in der röne ist das andere video verlinke ich euch mal hier oben aber wir legen jetzt auch ohne weiteres gequatsche direkt los so 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 ja das war also meine fahrt von heute wie ich finde einfach ein traum und das mit oktober macht einem schon ein bisschen sorgen wenn wenn es so lange auch im oktober wieder trocken ist wie es im moment bei uns der fall ist trotzdem war es eine richtig tolle aussaat wenn ihr fragen habt anregungen kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst ein like da und im besten fall vielleicht sogar ein abo